so hallo willkommen zurück zum kanal von guido karelin toll dass ihr wieder dabei seid heute ist der große tag die letzte werden angebracht und ich wollte euch noch mal vier exklusive tipps und tricks geben was es hier zu beachten gibt tipp und trick nummer eins ich habe jetzt jeweils für jede box ein nest bereitgestellt das ist einmal ein internes nest das heißt ich habe die türe weg gemacht und hänge es von innen rein das heißt die vögel können innen zugreifen und eins mit türchen dass ich außen ran hänge das heißt unsere stieglitze haben prinzipiell immer zwei sachen zur auswahl und können einfach das auswählen was ihnen am meisten einfach gefällt das ist für mich auch noch eine grundlage vom zuchterfolg bevor ich die nester reinhängen mache ich allerdings in jedes nest noch eine prise natron rein natron das hat mir ein alter spanischer züchter hat mir das erzählt hilft gegen milden das bedeutet wenn ich natron in den nesten habe es ist nicht so dass es alles abtötet oder so weiter aber es hält sie auf jeden fall während der zucht während diesen zwei drei wochen sollten wir in der zeit zum milden befeil kommen erst mal zurück das ist ein natürliches mittel an dem man mit bisschen pulver wo man einfach gegen milden und andere schädlinge die möglichkeit hat es zu vermeiden der dritte tipp ist ich habe jeder meiner nester mit so einem kleinen kabelbinder oder einem kleinen draht festgemacht man sieht es wenn man genau hinschaut hier ist so ein kleines drädchen hier ist ein kabelbinder dran eigentlich auch letztlich nichts anderes wie ein kleines drädchen ich mach mal hol mal ein schwarzes damit man das sieht das sind die teile wenn man zum beispiel kopfhillrohr kauft oder aufladekabel sieht man hier bin ich jede nesteinlage an das kunstdorf nest dass es nicht passieren kann dass beispielsweise die henne sich in irgendwas des nestes verfängt und dann die komplette nesteinlage rausreißt und damit dann die jungen oder die ei auf den boden fallen und dann die zucht runde erst mal schief gelaufen ist als vierter und letzter tipp jedes meiner nester tue ich ebenfalls mit einem bisschen draht an das jeweilige käfig packen man sieht das hier das heißt hier oben ist ein draht das an den gitter an den gitter hält ich weiß nicht ob man das sieht und hier geht es eben wirklich auch darum dass beim auf und zumachen der türen oder wenn man die eier zurücklegt oder wenn man die jungen bringt dass dann nicht das risiko besteht dass das ganze nest runter fällt ihr seht hier habe ich schon ein nest angebracht die konnten es nicht erwarten und haben auch schon kräftig begonnen zu bauen hier habe ich sogar auch nur eins angebracht weil da war der druck einfach sehr sehr hoch das habe ich gestern angebracht hier ist schon sehr viel gebaut die anderen werden heute 25 april an den käfigen angebracht ich freue mich drauf bis zum nächsten mal fragen habt schreibt es in die kommentare tschö so nester sind drin für das nist material habe ich hier noch so salatraufen hin gemacht wo ich von außen dann immer das nisten material anbringen kann und hier und da wird auch schon mit dem nisten material gespielt überall ist natron drin überall ist sind die sicherungen drinnen über das über den draht und so können sie dann auch nicht abfallen